So, jetzt ist es, Freunde, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal, sieben uns kritisch, wenn wir freuen. Sarah Connor hat ihren neuen Song, Weihnachtssong, raus. Ich meine, sie macht schon viel Weihnachten. Wir gucken jetzt mal rein, ich bin wirklich gespannt, heute ist es unter kurz. Lasst mal, liebe, sprechen, wie findet ihr diesen Song. Ähm, ja, wir schauen rein. Ja, ähm, es ist sehr klassisch, glaube ich, Leute, wie sich so ein Weihnachtssong halt gehört. Also jetzt nichts krasses, wo ich denke, ja, hat die Welt noch nicht gesehen, so eine Richtung. Wir schauen mal. Ja, es geht halt ins Ohr, man kann es halt anhören, aber ich würde es mir definitiv jetzt nicht kaufen, so. Muss ich sagen, weil es so eine Geschichte ist, die 5000 Mal schon geht. Also diesen Kanal, ich abonnieren, eure Mann, Gorn schreiben und die Glocke betätigen.